Ich habe die Funktion y ist 2 hoch x. Ich suche die Ableitung und die ist einfach ln von 2 mal 2 hoch x. Wenn ich habe y gleich irgendwie 100 hoch x, die Ableitung lautet y' ist ln von 100 mal 100 hoch x. Es geht auch mit y ist e hoch x. Die Ableitung ist einfach y' ist ln mal e hoch x und der Logarithmus von e ist 1, deswegen kommt hier e hoch x raus. Also das was wir wissen, wenn y e hoch x ist, ist y' auch e hoch x. Die Regel gilt also immer auch hier bei 2 hoch x ist es halt mit dem ln 2, bei ln 100 und so weiter. Die Herleitung dieser Formel ist so einfach und so wichtig, dass man die können sollte und deswegen leite ich das jetzt mal her. Also ich habe hier y ist 2 hoch x. Ich verwende einen Trick. 2 Quadrat und Wurzel raus ist wieder 2, weil das Quadrieren und Wurzeln ist Umkehrfunktion und das gleiche e hoch ln von 2 ist wieder 2, weil e und ln sich gegenseitig aufheben. Das heißt, diesen Zweier ersetze ich durch e hoch ln 2. Also y ist gleich e hoch ln 2 und das Ganze hoch x. Jetzt die Potenzgesetze e hoch 2 hoch 3, x hoch 2 hoch 3 ist ja x hoch 2 mal 3, also da kann ich jetzt schreiben. Also jetzt wird ein bisschen gespielt, bevor ich erst ableite. Jetzt schreibe ich das als y ist gleich e hoch ln 2 mal x. Jetzt kann ich es ableiten. e-Funktion abgeleitet. Vielleicht ist der ln verwirrend, aber wenn ich e hoch 2x habe und das ableite, bekomme ich ja e hoch 2x mal nachdifferenzieren. Also e hoch irgendwas l gelbes abgeleitet, gibt e hoch das gelbe und dann das gelbe 2x abgeleitet, gibt 2. Und das haben wir hier auch. ln 2 ist ja nur eine Zahl. Also y' ist e hoch ln 2 mal x mal ln 2. ln 2 ist ja nur die Zahl. Gut. Ich habe hier die Funktion, hier die Ableitung und jetzt muss ich die noch so ein bisschen schöner machen. Das ist noch nicht das, was ich so wirklich will. Und zwar kann ich jetzt hier wieder diese Potenzgesetze in die andere Richtung machen. Also von da nach da. Ich habe hier ln 2 mal x. Das mache ich, also denke ich mir, ist so eine Klammer. Also y' ist e hoch ln 2 in Klammern hoch x mal ln 2. Und e hoch ln 2, das hatten wir hier, das hebt sich ja auf. Das wird so 2. Also ist 2 hoch x mal ln 2. Und kann ich noch, das ist eigentlich schon fertig, aber ich kann y' ln 2 mal 2 hoch x. Und y war ja 2 hoch x. Und das ist es, was ich herleiten wollte und was eigentlich nicht so schlimm ist.